Ach, er hat so eine Handpuppe. Was ist das denn? Nein, gegen wo? Aber der Typ ist der von, also das ist der neue Geräte, der mit dem Update hier so zufällt. Wieso sehe ich bei Nils nicht, dass er das angenommen hat? Mich aber. Ja. Siehst du das Böse in mir? Ja, das stimmt. Oh, scheiße, er hat Memento Mori. Ist das hier vom Killer, wenn das nicht umgedreht wird, oder wie? Das schwarze war vom Killer, das wird aber normalerweise auch umgedreht. Außer bei Opfergaben, die geheim sind. Und das ist dann meistens Memento Mori. Damit kann man einen killen, ohne einen Haken zu hängen. Ach, dieses mit einem Schlag da, oder? Also ich glaube, man muss einmal am Haken gehängt haben. Also die letzten anderthalb Stunden, wo wir jetzt versucht haben, ins Spiel alle reinzukommen, nachdem dann dieses scheiß Update hier war, haben wir dann doch ein bisschen... Ah, ich habe direkt einen Generator vor meiner Nase. Wahrscheinlich auch den Killer hier. Ich bleibe hier, hier ist gleich ein... Oh, nee, da ist so ein Ding gerade. Drangekommen. Oh, das ist die Spuckerwandel. Ja, ich bin gleich bei so einem Brunnen hier. Ich bin auch beim Generator, der... Ich höre was. Kannst du die nicht reparieren, die Generator mit diesen? Ach, da lebt, die hatten gehört, das ist von der solche. Ach, das bist du gar nicht. Die haben drei Generatoren von Anfang an versperrt. Wo ist die? Ich höre sie. Naja, bei mir ist irgendwie so eine ganz komische Musik, aber... Okay. Er zeigt, wir sollen in die Richtung gehen. Okay, sie ist in der Mitte hier bei mir am Schrottplatz. Du hast ja gerade gesehen, ne? Am Schrottplatz, da sind wir alle. Ich bin... Ich bin nicht am Schrottplatz. Ja, wie? Ich bin im Gras. Oh, oh, ja, ja, hier ist sie, hier ist sie. Echt? Ich bin am Kiste durchwühlen. Was macht sie denn da? Sie läuft Richtung Mond. Wo ist der Mond? Ah, die ist jetzt Richtung, wo der andere Typ, glaube ich, hin ist eben. Das ist ein Generator, das Problem ist nur... Ja, man kann sie nicht machen, die Generatoren. Ja, drei nicht. Alle anderen schon. Der rennt hier rum, die ganze Zeit. Ja, hier ist ein Generator, wo ich gerade so ranstehe. Oh, ja, ja, ja. Er hat mich nicht gesehen. Ich habe Dosen gefunden. Also, Futter. Ach, Mann. Der ein Generator da ist... Ah, ja, der hat diesen Perk, das ist das Schlechte als mein Reparieren. Toll, gerade jetzt, wo ich einen Werkzeugkoffer drin habe. Ach, du bist das. Habe ich mich jetzt erschreckt. Die ist von mir aus gesehen, war die... Scheiße, war die geradeaus eben. Die kommt gerade in eure Richtung. Du musst immer da hingucken. Ja. Das war ich nicht. Ich war nie mehr drin. Oh, ja, aber sie ist hinter mir her. Das ist gut. Für mich. Mach mal weiter. Ach, sie hat mich natürlich direkt erwischt mit dem Scheißzeug. Sag mal, wenn sie zurückkommen. Wo bist du? Ja, ich renne jetzt Richtung Haus erst mal. Also, ich renne so weit wie möglich von euch weg hier gerade. Wo? Hups. Ey, ist er wohl um dieses nächste Gebet. Bei mir auch. Nochmal. Ey, was ist denn das? Die hat auch diesen Scheißperk, dass das schwieriger ist, ne? Ja, ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich versuche so ein bisschen abzulenken. Ja, beides. Diese Clown-Buster noch was... Ah, scheiße, ich liege hier. Ich liege hier. Er hat mich aufgehangen. Sie kommt zu euch. Zu wem? Relativ mittig. Einer bewegt sich gerade. Ich gehe weg. Von mir aus ganz links. Oh. Der in der Mitte? Ja, ich glaube zu dir, Nils. Wenn du jetzt in der Mitte gerade so... Ne, Moment, jetzt ist sie rechtslastig von mir. Ich glaube, ich weiß in welche Richtung du aufgehangen wurdest. Ich habe sie gesehen. Wenn ich den habe, dann komme ich zu dir. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Oder vor dir jetzt, ja. Ah, juckt. Was juckt? Meine Nase, das ist ganz schlimm beim Generator. Aber nehmen mal Lert, dass es so geht. Ach, das bist du gar nicht, das ist er. Ah, ah. Danke, danke. Sie ist an dem Generator bei mir, wo ich dran war. Du bist ja. Du bist gerade gerettet, oder? Ja, ich bin schon. Sie rennt wieder... Sie rennt wieder zu euch. Ich gehe wieder zu dem... Nils, komm mal zu mir rüber hier. Jawohl, dann. Ich weiß, sieh dich nicht. Warum siehst du mich nicht? Ja, weil man einen nicht sieht nun mal. Du hast wahrscheinlich gekürzt, weil... Ja, sie guckt gerade, ob ich im Schrank drin bin. Kommt jetzt wieder... Nö. Mach einfach... Geht zum Generator nach rechts. Ich fahrt auch einen. Meiner ist Helfer, aber der ist verspuckt. Ich bin vergiftet. Egal. Egal, es ist ja nur der Alte. Ja. Es ist in meiner Richtung gerade unterwegs. In welcher Richtung bist du? Ja, da, wo ich eben aufgehangen bin. Da in der Ecke bin ich noch. Ah, ne. Sie hat den Typen jetzt gerade erwischt. Oh, da hinten. Ja, ich sehe jetzt auch. Die ist nicht weit weg von mir. Ich hab gleich noch einen zweiten... Oh, scheiße. Die ist ziemlich nah bei mir. Oh ja, bei mir auch. Oh, sie rennt weg von mir. Oh, sie hat die Fähigkeit aufgeladen. Die ist aber noch weit weg. Oh, oh, oh. Ist sie gerade auf euch scharf? Ja, auf mich. Wenn sie die hinterher... Die ist so scharf auf mich, ey. Ich hab den Generator gleich. Oh, sie hat mich, sie hat mich. Ja, ich hab einen Typen unten. Scheiße. Oh, oh. Das hat sie gehört. Der war so knapp. Nein. Scheiße. Na ja, die ist auf mich aggro. Wenn ich jetzt nochmal hänge, ist das natürlich kacke. Musstest du schon kämpfen? Äh, ne, kämpfen noch nicht. Wieso haben wir nur zwei Generatoren? Ne, da ist sie. Ja. Aber springen! Lauf, lauf, lauf! Mann. Aber wo sind... Wir brauchen noch einen. Wo bist du? Äh, ich laufe... Ich weiß nicht. Ich laufe so oben, ich weiß nicht. Ah, ne, ich liege. Ich liege. Ah, sie geht aber weg von mir. Wo der Kopf von Siki ist, da bin ich schon mit. Sie geht weg. Ist es bequem? Ach so, die wollte denn aber nur... Ne, die holt mich. Die holt mich. Wollt ihr die nur mal eben ankotzen, hier. Also der eine Generator bei mir in der Nähe, der ist für den Eimer. Ja, wo geht denn? Äh, wo ist sie jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Ach, sie steht noch bei mir. Scheiße, ich muss kämpfen jetzt. Ich kann es nicht mehr. Sie läuft zu euch irgendwie zur Mitte. Ein bisschen nach rechts von hier. Ja, wo ist sie natürlich? Die ist bei mir. Hier ist noch eine Generator. Ja, zwei Leute laufen gerade zu mir. Der Typ rettet mich. Ah, scheiße. Nein, ja. Super, ich habe mich extra hingespült. Doch, kann ich doch noch nehmen. Oh Mann ey, wie... Was ist das denn? Was war das? Die hatten noch irgendeinen anderen Scheiß. Ja, ich hänge auch. Boah, was war das? In der Nähe von mir. Ich hänge, aber es ist das erste Mal, dass ich hänge. Pass auf, ihr seid da... Die kommt in eure Richtung. Aber sie geht nach links. Sie ist bei mir noch. Sie kommt wieder zu mir. Nicht, nicht, nicht. Ah, sie hat den anderen Typ erwischt. Oh ja, der läuft in meine Richtung. Der läuft aber in deine Richtung jetzt. Du könntest... Jetzt kannst du zum... Der ist... Warte, nee. Die hat ihn. Hat sie ihn. Der kommt jetzt wieder hier hin. Warte mal, der blöd Mann. Warum geht der... Bleibt mal noch. Da, ich sehe. Achtung, der kommt zu dir. Nee, nee, nee. Eieiei, jetzt hat es euch beide gesehen, wa? Nee, nee, nee. Ich hau immer noch hier. Mann, woher kommt der hier hin immer? Hau ab. Bist du jetzt schon unten? Ich bin unten. Oh, scheiße. Sie ist auf mich scharf. Nee, doch nicht. Sie hat die Schärfe verloren. Bitte süß. Sie hat die Schärfe verloren. Die Frage ist, wohin bringt die den jetzt? Ah, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ey, zwei Generatoren brauchen wir noch. Einer hängt. Ja, ich sehe es. Dieser Angry Boy. Und hier vorne ist sich einer am Heilen gerade. Ich weiß aber nicht. Du stehst da ein bisschen im vollen Blickfeld von ihr, glaube ich. Ich weiß. Wo ist die hin? Ach, der andere hängt. Ach du scheiße, wie schnell geht der runter? Oh, sie kommt. Scheiße. Ach, da hinten. Ja, ich sehe es. Oh, ich höre die laut. Scheiße. Er hat mich nicht gesehen. Ja, geil. Wo ist die hin? Ich versuche den zu befallen. Die rennt in Richtung Hüte. Die ist bei der Hütte. Oh. Ja, sie ist zu mir. Scheiße. Wo ist denn? Wir brauchen noch einen Generator. Aber hier vor... Bei Silke war einer ansteigt. Hier ist an er. Da gehe ich jetzt gerade hin. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der ist. Der hat mir gesagt, dass er nicht mehr ist. Nein! Scheiße. Ja, sie hat mich natürlich. War ja klar. Ja, ich bin instant. Kümmert euch um die Generatoren. Bin weg. Sie kommt in eure Richtung. Einer ist irgendwo in der Nähe vom Brunnen. Und so dazwischen, zwischen den beiden geht die gerade hin. Es war 50-50. Entweder geht sie links rum oder rechts rum. Ich bin natürlich wie immer genau da rumgelaufen, wo sie rumgelaufen ist. Ja, du musst ansteigen. Du musst in die eine Richtung hingehen. Und dann zurück in die andere Richtung. Ich sehe sie, sie kommt, glaube ich, in deine Richtung. Mann, helf mir doch! Ja, siehst du's? Wie, keine Netzwerkverbindung? Hä? Er hat keine Netzwerkverbindung. Hallo? Wer? Die ist gerade voll gegen die Wand gelaufen. Die haben mich gerade rausgeschmissen. Hallo? Ich habe aber ein Netzwerk. Die hat einen Generator angepasst. Ach, nee, jetzt sag mir bitte nicht. Das hat jetzt was mit diesem scheiß Bug zu tun, den wir seit heute haben. Ich habe volles Netzwerk. Wollen wir den trotzdem machen? Ja, komm, mach. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe volles Netzwerk. Nein! Ach man, ey, nicht aufgepasst. Was machst du denn da immer? Spiel ist im Arsch. Ich verabschiede mich für diese Runde. Danke, Steam. Beziehungsweise danke, wer auch immer der Anbieter ist. Ähm.